Jainsaw 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 16. Finale, diesmal kann ich gar nicht rausfliegen Nein Nicht wegen den neuen Regeln, sondern eher Nein Keiner hier mehr drin ist, der mich schlagen kann Schon gar nicht dieser Jainsaw Und obwohl ich ganze drei Wochen nix mehr gemacht hab Krieg ich dich? Wie geil ist das denn? Zwei Freilose hintereinander James Scott? Nie von dem gehört Digga, wie kommst du ins 16. Mit Kiffen? Doch ich bin sicher, du musst echt bekannt sein Ich mein, wie schafft man's bitte sonst so weit mit Rücken ohne Punchlines? Fuck, hab ich ein Glück dieses Jahr? Erstes Freilos und jetzt krieg ich den letzten Wack-MC im Teilnehmerfeld Denn du stylst so wie Madsen, der stylst so wie Miles, der stylst so wie Dance Doch der scheißt auf euch drei, wasted use, schön und gut, na dann waste ich mal nen Gleick Aber James, bist du behindert, man, du wastest meine Zeit Ey, die Beste deiner Limes, dieses Jahr beim VWT war ne Line über das T-Shirt von irgendeinem Gegner Sag, was bringt es zu, beträumend zu sein und auf schwulen Beats ohne Druck zu rappen Nix außer viele Hufenzirnigkeit Time to get real Cookie im Ernst, die Drogen sitzt nicht wert Erzähl das Zuhause und brich Mutti das Herz Yeah, was bringt Style und es gilt so was, verdammt, noch mal willst du hier gegen mich bring Du Wack-MC Melanie Mütze Brille Merchandise Sechstitel Persönlichkeit Technik Hashtag Techrap James, erzähl doch mal, was macht man so bei Wastitude? Nigger sagen Und wenn ja, mit oder ohne Attitude, was soll ich da zu sagen? Hä? Du bist zu real, du schaffst bei 37 Grad rosten ne Wollmütze zu tragen Ja, vielleicht ist auch grad Winter da, wo du wohnst und das verwackelte Bild ist gar kein Effekt Sondern der Kameramann fiert und wenn man deine Runde mutet, ich mein, das kann ja mal passieren Dann ist das viel, wenn das Unlimited in den Spiegel guckt Und wenn du schon im Sechzehntel fliegst jetzt, bist du trotzdem zu weit gekommen The same procedure as every year, James Guck, ich hab auch so viel Wheat, James So viel wie du, doch ich brauch sowas nicht And that's the difference between me and you Melanie gehört zwar in die Küche, aber doch musst du Jetzt gegen mich, ich hoffe, dass du für mich was kochst vor Wut Los, James, guck mir was, los, James Bring mir Käse und guck mir Felix auf den Boden, wenn du mit mir redest Sie sagen, ich soll dich auf Chris Miles reduzieren Hey, kein Bock jetzt, diesen Chris Miles zu recherchieren Du kannst dir alle holen, hol die ganzen Spasten ans Mic Was macht ihr da, mich punchen mit Style? Hol dir doch Märzen in die Hook, diesen Spasten Dann darf ich endlich auch mal gerechtfertigt Hundensohn sagen, dieses kleine, miese Opferkind Versorg ihn also klingt wie du, obwohl er gerne Steezy wäre Ist kein Ding, schick den her Time to get real Cookie im Ernst, die Drogen sind's nicht wert Erzähl das Zuhause und brich Mutti das Herz Yeah, was bringt Style und es gilt Und was verdammt nochmal willst du hier gegen mich bringen? Huh? Du Wack MC Melanie Mütze Brille Merchandise Sechstehntel Persönlichkeit Technik Hashtag Tech Rap Technik 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 Vielen Dank.